... für wenig Kerne. Aber ist es nicht gerade die Mühe, die sie umso süßer macht? Ich glaube, mir wird schlecht. Was ist das für ein Ort? Es ist das Herz der hängenden Garten. Dies hier ist das Räderwerk, das sie am Leben erhält und alles reguliert. Äh, irgendwie ist es ein bisschen verzogen. Was ein Zufall. Nein, wir sind fast tot. Oh Mann. So. Die sind so unglaublich stark, das nervt. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ach Gott. Zack, zack. Kannst du aber bitte sterben? Geht doch. Hallo, Leben, bitte. Mit Sand gehe ich mich auch noch zufrieden. Das war schön, dass die die hängenden Gärten auch mit reingebracht haben. War klar. Tot. Tot. Ich hätte gerne ein paar Leben, wenn das wirklich wäre. Einen kleinen Brunnen, eine kleine Wasserquelle. Ich bin auch nicht wälderisch dabei. Wobei mein kleiner Brunnen lieber wäre. Rüber. Los. Los. Ja, fein. Gut. Nein, ich hatte so eine Schnapsidee, da jetzt rüber zu springen. Aber ich muss. Oh Gott. Muss ich da wirklich rüber springen? Oh. Das habe ich gar nicht bedacht. Ich hoffe, dass es da unten eine Wasserquelle gibt. Sonst war es das nämlich bald mit unseren Prinzen. Da ist ein Brunnen. Ich bin so kurz vom Ziel. Gott sei Dank. Und volle Leben. Soll ich dir geschützt dich wieder fortsetzen, wenn ihr nächstes Mal kommt? So. So. Und dann ist es auch. Also. Das ist ganz, ganz doğru wie hier. Sand, bitte, bitte Oh Wie so leckt es immer in diesen Zwischensequenzen So was alles verzogen ist Jetzt macht das Spiel extra Blut, mit dem Sand Und zack Und zack Und zack Und zack So Ach darum ist das hier Oh mein Gott Was kriegen wir denn jetzt noch Ich meine wir haben doch alle Sandbehälter Nein sind sie nicht Wir haben zwei hohe Wachen Wie ist er, euer Vater Ein gütiger Mann Nein, ein großer Mann Stark Treu Sanft Barmherzig Was ist Ich Wie soll ich sagen Wir sind im Zorn auseinander gegangen Es ist einige Jahre her Ich war jung und stolz Aber auch voller Furcht Er wollte mir zuhören Aber ich fand nicht die Worte Wollte sie nicht finden Ich hoffe nur ihn wiederzusehen Um Ihm zu sagen, dass es mir leid tut Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt Um darüber zu reden Inmitten solchen Trübsal Sollten wir uns nicht selbst aufgeben Kehren wir also ins Heute zurück Von hier aus kann ich euch nicht erreichen Ich kann noch eine Klappe schließen Treffen wir uns vorne Ist ja auch so Überhaupt nicht auffällig Dass die Sonden mitkriegen würden Oder so Ich muss uns immer erst die Cutscenes angucken müssen Wobei Ja doch Es ist eigentlich besser so Egal wir haben beide Hauptmänner gekriegt Der hier ist jetzt nur noch Ein kleines Überbleibsel Zack Und Verlangsame ich Egal Und Sache der stirbt So Komm mit Komm mit Komm mit Komm mit Komm mit Komm mit Lumpy Komm Komm Lumpy Gott, verrecke doch Geht doch Er zerfällt zu Sand Und zack Ihr habt Die Macht des Sandsturms erlangt Ich kann immer noch nicht zu euch gelangen Ihr könnt den Thronsaal jedoch von eurem Standort aus erreichen Ich kann durch das Gewächshaus gehen Dann finden wir uns bestimmt am selben Ort wieder Seid vorsichtig, Prinz Ah, okay, okay, okay Gut, wir waren aber weit Oh, gut Wieso gehen wir nicht einfach mal den gleichen Weg wie Fahrer Das würde vielleicht Sinn machen Oh, Doppelkill bei denen Geht das nicht? Jetzt Zack 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 Und zack Weg Ach, es gibt doch nichts schöneres als die Speed-Ticket-Animation So Gucken wir das nur so vor Oder sind die wirklich stärker Wenn man die nicht von den Gegnern nimmt Sondern einfach irgendwo rausholt Hm, naja Speichere ich, speichere ich, speichere ich nicht Speichere ich, speichere ich nicht Mach ich das das mal noch Bisschen weiter können wir noch spielen Gut Gut, wie täglich doch speichern All Hier 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 oh mein gott ich hasse fallen ohne die macht die zeit zu verlangsamen werden wir so aufgeschmissen ist unglaublich oh ein rettel oh ein rettel oh gott hm wie ich keinen nerven auf dem rettel aber was müssen wir überhaupt machen hallo alle nach ganz oben oder wie ach egal alle nach ganz unten kann es ja nicht sein nein das ist ja schon geschafft gut der ist schon mal ganz oben ja da fand ich so erstmal gut dann den da nein nicht wieder runter ach ich bin einfach nicht fähig so gut dann den da das kann ja wieder was werden hm 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 gott was ist das denn meine güte woher ist das von der seite jetzt haben wir so viel sand schon wieder verschwendet ist doch Mist hätte ich mal ein doch gespeichert gesund nicht work woher ist Vielen Dank.